Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dieses Video dir gerade anschaust. Mein Name ist Manuela Oleram. Ich bin ganzheitliche Beraterin und die Gründerin von The Living Harmony. Ich möchte dir heute meinen Online-Kurs über ganzheitliches Heilen vorstellen. In diesem Kurs lernst du, wie du Körper, Geist und Seele in Einklang bringst und dadurch dein Wohlbefinden nachhaltig steigen kannst. Der Kurs umfasst umfangreiche Module, wie zu den Themen Meditation, Ernährung, Kräuterkunde, Energiearbeit und zu jedem Kurs gibt es einen schriftlichen Skript dazu. Jedes Modul ist darauf ausgelegt, dir praktisches Wissen und Werkzeuge in die Hand zu geben, die du sofort im Alltag anwenden kannst. In meinem Kurs geht es um Intuition, Selbstliebe, Bewusstsein. Wie erkenne ich zum Beispiel toxische Beziehungen? Ich erkläre dir Schamanismus, die Heilung mit den fünf Elementen, Chakra-Heilung, wie lerne ich eine Aura zu lesen? Wir machen natürlich ein Geldritual, wir machen auch ein Liebesritual. Ich rede über die Pflanze der Zukunft und die Heilwirkung von Aprikosenkernen und die progressive Muskelentspannung. Ja, es gibt hier eine geballte Ladung Wissen, die ich dir gerne zu diesem Spezialpreis mitgeben möchte. Normalerweise kostet der Kurs 379 Euro, aber ich habe eine großartige Nachricht für dich, denn mit dem Sommer-Rabatt-Code Sommer24 erhältst du den gesamten Kurs für nur 49 Euro. Das ist eine Ersparnis von über 85%. Dieses spezielle Angebot gilt natürlich nur für sehr kurze Zeit und also zögere jetzt nicht, nutze die Gelegenheit, beginne noch heute mit deiner Reise zu deinem ganzheitlichen Wohlbefinden. Klicke jetzt unten auf den Link und sichere dir diesen einmaligen Kurs zum Sommerspezialpreis mit dem Rabatt-Code Sommer24. Ich freue mich nämlich sehr darauf, dich zu meinem nächsten Community-Call begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit dir den Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden zu gehen. Also, bis bald! Hast du aber noch Fragen und bist du dir nicht ganz sicher? Ja, dann schreib mir doch ganz einfach eine E-Mail, die ist auch unten verlinkt und dann können wir alle Fragen klären. Also, ich wünsche dir alles Liebe und wir sehen uns ja bald. Deine Manuela